SwissSkills haben eine enorme Bedeutung, weil alle zwei Jahre können wir unsere Berufe darstellen, von einer Vielzahl von Jugendlichen, die daran sind auszuwählen, wie soll ihre Zukunft aussehen und einen Beruf wählen. Unsere Berufe sind speziell, weil es auf der einen Seite sehr technische Berufe sind, aber auf der anderen Seite sehr viel man mit Menschen zusammenarbeitet, weil man auch sehr konkrete Probleme arbeitet und einen Beitrag leisten kann, zum Beispiel Ernährungsprobleme, Klimawandel oder Sachen, die das Leben angenehmer machen, wirklich etwas zu schaffen mit den Händen, etwas zu schaffen und einen Beitrag zu leisten, das ist etwas extrem Befriedigendes. An den SwissSkills finde ich das Gehurschen, dass es so ein riesiger Anlass ist, wo man wirklich aus jenen Bereichen etwas sehen kann, also von Handwerk über Informatik, wirklich alles abgedeckt hat, die Grösse. Für die Lernenden ist es einerseits natürlich, für die, die an den Meisterschaften mitmachen können, ist es ein enorm toller Beweis, um zu zeigen, was sie können. Und das ist eine Gelegenheit, die absolut einmalig ist. Also Gewinner von unseren Disziplinen, die gehen nachher an die Weltmeisterschaften. Und ich glaube, wenn man so etwas machen kann, dann ist das etwas, das fürs Leben bleibt. Aber auch für die anderen Lernenden ist es eine schöne Aufgabe, auch das weiterzugeben zu können. Sonst sind sie die, die lernen und Informationen bekommen. Jetzt sind sie einmal die, die zeigen, was sie machen, was sie können, was das bringt, die Junge motivieren können und ich glaube, das macht ihnen Spass. Ja, ich sage, es ist sicher ein Stück weiter grosse Ehre, hier dürfen dabei sein und das Ziel zu nehmen. Und es bereitet irgendeine Freude, wenn man das machen kann, was man eigentlich gerne machen kann. Mein persönliches Highlight ist, wenn ich an so einem Stand da stehe und sehe, wie junge Leute eine Aufgabe versuchen zu lösen und wie es plötzlich Klick macht. A, man begreift, was man da macht, wie diese Aufgabe zu lösen ist und B, man sieht ein gewisses Leuchten in den Augen, wo eine Begeisterung für den Beruf entsteht. Das ist sensationell, weil diese Begeisterung wird sich über das ganze Leben weiterziehen. Ja, mir gefällt ein wenig die Vielfalt an. Ich meine, wir haben die Berufe, die ich noch nicht einmal gesehen habe, dass es die überhaupt gibt. Das ist so gross, man sieht immer etwas Neues. Das ist so gross, man handelt bei clemkklang zum Beispiel. Man sieht nicht zwei von bieten, wieuur Rediger,wh Raphael und meine Ab donors. Election Geraint.